Die folgenden beiden Laudatoren schwänzen extra die Berufsschule, nur um heute hier sein zu können. Hier kommt die einzig wahre deutsche Antwort auf Prinz William und Kate Middleton. Hier sind Dennis und Larissa. Tonight we gon' be hit on the floor. La 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 la. Tonight we gon' be hit on the floor. Ey, was geht? Wir feiern die ganze Nacht. Die ganze Nacht. Ey, guck mal die Leute, ey, wie sind die drauf? Sie hast uns sehr freundet. Also, Dings. Hallo, ich bin der Dennis. Ich bin 21 Jahre alt und ich arbeite gerne mit Menschen. Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name heißt Clarissa und wir beide, wir machen heute für Sie für den besten Live-Act 2011 ein Laudatio. Stimmt. Dings, Clarissa, sag mal, hier, was ist ein Laudatio? Sag mal, sag mal. Also Dennis, ein Laudatio ist ja bekanntlicherweise so ein, ich sag mal so, Lobrede, ja, für die Ehre von einem Mensch. Ist ja so. Ach so, du denkst, du meinst, was der Mann da draußen gesagt hat. Geht mal raus, mach Blablabla, Film gucken, Kugel geben und so. Du meinst mit den Nominaten? Ja, genau, mit den Nominaten. Ja, sag das doch. Ja, hab ich doch. Ja, sag doch mal. Ja, mit den Nominaten. Oh, voller Stress, kann das sein. Was ist denn jetzt mit dem Ding? Wer kriegt das? Ja, weiß ich doch nicht. Ich weiß auch nicht. Aber hier, äh, Dings, äh, was denkst du denn, wer gewinnt? Ich weiß nicht. Also ich persönlich finde es sehr positiv, wenn auf jeden Fall Rihanna gewinnt. Ja. Oder Pietro Lombardi. Ja. 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 Ich finde, er hat eine sehr gute Ausstrahlung und auch einen sehr guten Charakter, weißt du? Ja, eine Menge, aber leider, nein, leider gar nicht. Die machen nicht mit in dem Film. Warum? Wie, warum, warum, warum? Guck doch! Der Live-Act für den besten Kometen 2011 geht an... Was? Marcel, lass mich in Ruhe, Junge, ich kann jetzt nicht, ich bin bei Komet. Nein, nicht bei Saturn, du Otto. Der ist halt gut. Nein, hier bei Viva, Viva, hier, Pietro Lombardi und so. Ja. Dennis. Achso, Entschuldigung. Revolver! Ja, die beiden haben die VIP-Komet-Karten bei einem Preisausschreiben der Curryking-Kette gewonnen. Und wie es den beiden so geht, würde ich natürlich gerne wissen. Larissa und Dennis, ihr habt ja heute schon eine Laudatio gehalten. Das war ja ganz schön aufregend, oder? Ja, ich weiß auch nicht, ey. Ich war nervös irgendwie. Wie von der Mathe-Klausur, wo ich nicht hingehe, weißt du? Ich weiß auch nicht, ey. Hallo. Hallo. Fandet ihr das gut? Hat alles so geklappt, wie ihr euch das vorgestellt habt? Ja, ich habe mich die ganze Zeit vor Sido versteckt. Wir hatten noch irgendwelche Missverständlichkeiten, aber die haben wir, glaube ich, aus dem Weg geräumt, hoffentlich. Der ist nicht mehr böse auf mich. Ja! 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 Ja!